Night Wash Aber inzwischen sagen die jetzt ja auch immer an in der Bahn, was die alles vorhaben, um den Schaden wieder zu beheben. Über Bord alle zwei, drei Minuten wird man da über Bord-Lautsprecher auf den neuesten Stand gebracht. Da sagt er denn so, ja, ein Kollege von mir, der stellt jetzt erstmal die Trittleiter an, am Signal. Das ist der Herr Meier, 38 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Ein paar Minuten später kommt dann, so, jetzt geht er mit dem 19er Kreuzschlitzschraubenzieher hoch und versucht die angebrannte Glühbirne auszuwechseln. Das wird alles ganz, als wenn es kein Bahngeheimnis mehr gäbe. Night Wash ein paar Malen schüff Und dannστab schüff schüff Vielen Dank.